Guten Tag Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo auf meinem Kanal. Ja, heute soll es einfach mal kurz um die Auswertungen für die Abstimmungen gehen. Die werde ich heute runternehmen und ja, natürlich werde ich euch jetzt auch noch die Ergebnisse verkünden. Fangen wir gleich mal mit den 2000 Abo Special an. Wir fangen von unten an. Die wenigsten Votes hatte die CSGO Folge 4%. Dann kein Abo Special, sondern ein eigener Vorschlag, konntet ihr ja was euch aussuchen, aber war anscheinend auch nicht so gefragt, waren 8%. Die 20 Euro Paysafe Karte hatte immerhin 20% und dann die MKW Fun Room hatte 68%. Also ist relativ eindeutig gewesen und ja, dann machen wir wieder mal einen MKW Fun Room. Habe ich nichts dagegen, finde ich eigentlich auch cool und ja, da können viele von euch mitspielen und ja, ist eigentlich wirklich cool. So, dann solltet ihr ja noch abstimmen, ob ihr ein neues Projekt sehen wollt und wenn nicht, dann solltet ihr einfach kein neues Projekt ankreuzen. Ich glaube, einige haben das falsch verstanden und trotzdem nehme ich das jetzt so, weil ihr hättet ja genau lesen können, sag ich jetzt mal. Und zwar konntet ihr entscheiden, ob ihr mehr, also ob ihr CSGO oder Minecraft sehen wollt, also beziehungsweise mehr. Und da waren tatsächlich 5 Votes für Minecraft und 7 für CSGO. Also hat Minecraft gewonnen und keine neuen Projekte haben sich nur 4% gewünscht. Äh, 7, Entschuldigung. Ja, das wär's eigentlich so im Groben und Ganzen. Also wird jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall ein bisschen CSGO kommen. Wenn wir ein 4. Projekt starten, dann wird Minecraft erstmal von dem Channel weichen, wenn ich's dann wieder anfange. Ja, das wär's eigentlich schon. Was ich noch sagen wollte, ähm, ich hab bald Geburtstag, um genau zu sein, am 19.11. Und da werde ich mir vielleicht noch was einfallen lassen. Vielleicht auch nicht. Ich, äh, weiß es noch nicht genau, wie ich das mache. Also auf jeden Fall nicht wundern, wenn Montag kein Video kommt, beziehungsweise, ähm, einfach ein Wimpy Competition oder sowas. Dann, also es wird auf jeden Fall kein krasses Video kommen, weil ich, äh, ja, meinen Geburtstag einfach feiern möchte, ne. Ist, glaub ich, verständlich. Gut, ja, dann wär's das erstmal. Ich hoffe, das Info-Video hat euch gefallen. Dann, ähm, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020